Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest. Leider befinden wir uns zurzeit in einer schwierigen Lage mit der Pandemie, die uns allen viel abverlangt. Deswegen wünsche ich Ihnen vor allen Dingen Gesundheit. Ich lerne in der Zwischenzeit mehr über polnische Traditionen und bereite mich daher schon einmal auf den morgigen Schmigus-Dingus vor.